Prost! Prost! Ich fand das Konzept eine ganz gute Idee. Dass es flott, dass ihr noch rundherum könnt. Ihr seid nicht mehr im Neuplatz. Es wäre nicht mehr interessant für die Leute, die hier wohnen. Aber auch für die Touristen. Da kann ich den Hallen finden. Ein tolles Live-Akt. Aber es ist sehr gut. Ich kann euch einfach nur ein Kulinarisch-Riss machen.